Wir wollen also reinkommen, also wir wollen links, rechts, langen Haken, rechts, links, raus. Ich will also nicht ganz drüber zu gehen. Oder einfach bei Richtung. Ich glaube schon wieder mal die, noch nicht. Ja genau, 90 Grad, aber nicht ganz. Das ist auch noch mit einem Jab. Der Jabrück kann nicht ganz drüber rechts, links. Aber wir wollen es schön lang machen. Und es ist wichtig, das Heft. Seht ihr, dass mein Ehlbogen auf Höchst des Handgelenks ist? So ist die Power drin, oder? Also wenn ich jetzt, könnte sogar ein bisschen mehr seitwärts, würde mir sehr mehr passen. Aber wir wollen es schön seitwärts, dass ich schön kann. Aha, jawohl. Hup, 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 hup. Und jetzt will ich vorne die Handgelenkschreie stellen, Ehlbogen und Schultern ausfahren. Drehen, Fuss und Hüfte und Schultern schön reinlassen. Hup, 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 hup. Abdecken mit der rechten Zerbe und wieder raus. Hup, 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 hup. Hup, 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 hup. Let's go. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup.